ja hallo liebe 4k freunde heute ja ein infovideo ich habe hier was bei saturn entdeckt ist auch bei amazon im mediamarkt die wunsch film wochen bei saturn über 50 filme 5 euro 55 ist ein echt top angebot und dann muss ich mal noch zu meinen letzten video sagen war leider abgebrochen habe ich auch in den in der info beschreibung geschrieben weil der akku leer war nächstes mal passiert das natürlich nicht weil ich habe die abschlussworte leider nicht gemacht ich wollte mich dafür erst mal bedanken wer das letzte video gesehen hat ist ja ziemlich gut angekommen ich werde auch demnächst die videos weiterhin zu machen ja und dann wollte ich eigentlich noch sagen wer neu auf den kanal ist kann gern mal ein abo da lassen würde ich mich freuen ja und jetzt jetzt erstmal hier zu dem video und zwar 5 euro 55 je film haben wir hier die ganze menge baby driver bad boys bad boys 2 captain phillips das ist das ende ist ein geiler film captain phillips klo rein 7 ist auch gut hier richtig geil junko unchained don't breathe auch geil dunkle tom war nicht so meins dämonenjäger kenne ich nicht wie lysium hat mir richtig gut gefallen ich kölize sowieso den fand ich auch geil erlöse uns von dem bösen ist ein kleiner geheimtipp von mir eva dead wird ich abraten die cut version die evil worden kenne ich auch nicht hier auch ein richtig geiler film fester mit der rock war noch in anfängen war richtig geil flatliners den habe ich den das remake noch nicht geguckt dann noch das original der ghostbusters mit den frauen global storm kenne ich auch nicht gänsehaut ist gut hatchet kenne ich nicht für die herz auf stahl auch geil und der transyvanien ja in ferno habe ich auch insidious habe ich leider noch nicht geguckt sieht es drei noch interviews kiport schon kenne ich noch nicht wer den kennt kann ja man den kommentar schreiben wie da ist keep watching und hier november criminals kenne ich auch noch nicht ja nicht meinen tag live habe ich das haben wir hier noch neid mehr schlafen nicht ein kenne ich auch nicht nur gott kann mich richten auch noch stört von pixels kenne ich ist echt lustig ja ja man noch papier passengers habe ich auch auch ein geiler film war das würde ich euch noch mal zeigen wer noch ein paar blu-rays braucht ihr könnt auch richtig zu schlagen 555 kann man auch mal ein blind kaufwagen sind echt ein paar geile filme sage ich mal dabei ja dann bedanke ich mich erstmal fürs zusehen ich hoffe wir sehen uns in einem nächsten video bis dann leute ciao